Das sollte zumindest dafür sorgen, dass ich nicht mal meine Basis beschieben könne. Das kann ich mir herstellen. Du willst einfach noch nicht. Da ist, glaube ich, keine weitere Bauanlage. Ist das eine Bauanlage? Ne, das ist so eine kleine Fabrik, ne? Ja. Aber da links bei den Silos könnte noch irgendwas sein. Ich will nur auf Nummer sicher gehen. Habe ich nicht Bock, dass die KI dann wieder ewig und drei Tage Gebäude nachbaut? Ähm, hallo? Hallo? Leute! Macht mich fertig. Macht mich fertig. Hm, boah. Achso, das bist du wieder. Der Carryall bist du nur. So. Die stellen wir noch da dazu. Da machst du einen guten Eindruck. Umsteht ein Panzer, unten steht ein Panzer. Jawohl. Jeder bekommt einen Panzer. Da reparieren wir nochmal alles. Da hätte man nicht wieder Geldprobleme bekommen. Geldprobleme. Also ich meine zu viel Geld, aber ich brauche glaube ich noch ein Silo. Ach, ich hasse Silos. Das ist immer Geld. Das könnte man auch wenn man was anderes benutzen, ne? Wieso habe ich überhaupt so viel? Habe ich doch sonst nicht. Und die kriegen schon eine Verstärkung und dann laufen die einfach an mir vorbei. Den kleinen Pistölchen, die sie da haben. So, jetzt muss ich noch mal gucken. Ist hier links noch irgendwas? Ja, in Silos. Ja, ist auch eine Brauernlage. Penner haben wieder zwei davon. Sprengt man aber die halbe Basis selbst in die Luft. Da sind ganz viele Türme. Da sind nicht so viele Türme. Sprengt mich doch, ey. Gehen wir es mal rechts lang. Gehen wir es mal rechts lang. Dann gehen wir links und dann gucken wir mal. In Ordnung. Jawohl. 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 Die zwei Panzer lassen wir da stehen. Ja, weil da nämlich schon der Scheiße angefahren kommt. Angeflogen. Aber es hackt so ein bisschen. Da, fuck. Jetzt bin ich doch jetzt schon der Trollen, du Scheißspiel. Jawohl. 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 Ne. Ich bin nicht kaputt, die Scheißrabrik. Jawohl. Das kommt man auf. Die machen jetzt sehr viel Schaden. Du darfst halt nur nicht reparieren, weil ja so die Türgeschwindigkeit recht hoch ist. Dann können wir das doch mal weg machen. Jawohl. So. Wunderbar. 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 Kann ich mir herstellen, ich habe aber eine Einheit verloren. Jawohl. Dann kann ich auch wieder eine dazu bekommen, kann das sein. Jawohl. Jawohl. Wirklich wärs Ah, runter da Kannst du noch eine bauen? Nein Mein Aufmarsch hat hier wunderbar funktioniert Vor allem so unbemerkt alles Ja geil, dann lösen sich meine Armeen schon auf wegen dem Kack Ja, da wohnen sich auch noch im Turm Mehr Einheiten bitte Weg damit Sollte man noch wegbekommen Bauaufgleich natürlich nicht mehr platt mit dem bisschen Scheiß, den sie noch haben Die einfach vorbeifahren Komm schon Weg mit dem Kack Jawohl W MP3 Auf die... Nein W MP3 W MP3 W MP3 W MP3 Hm, die kommunikerne Leben durch Näm' mich an Da entsteht eine ganze Panzerarmee, was passiert, die fahren einfach vorbei Ist einer Leben durchgekommen, ja einer ist Leben durchgekommen Der darf dann mal da unten warten, bis der nächste Trupp halbwegs gesund da durchkommt So, jetzt habe ich wieder Silos gebaut, für nix Das Problem ist, man kann die hier nicht abreißen oder verkaufen oder kann sie abreißen lassen, das geht natürlich Und das da der Rahmenfehler ist halt nur so minimal komplett scheiße Und wieso kann ich hier noch rechts raus? Detail, so, wir haben aber die Verteidigung hier weggeschossen, also die mobile Verteidigung Nicht so mobile, steht noch, aber Ist da oben überhaupt noch gesund und alles Geht so, gut, speichern Y, was war das, keine Ahnung So, also mal nach da unten Ich muss sagen, die ist natürlich auch noch richtig hart eingekeilt wieder Ich bin wieder scheiße Und dann geht hier mal direkt mit Spice langsam hoch aus Okay, kein Problem Der Turm guckt ein bisschen dämlich, aber sonst macht der nicht viel Jetzt soll ich doch mal so Abschlussrampen bauen Da kommt die nächste freundliche Abschlussrampe Ich bin schon wieder sausentechnisch am Ende Ja, aber noch richtig teuer, 700 Nehme ich mal Ich bin immer noch nicht unten Die sind immer wieder vorbeigekommen, oder? Egal, ich muss mal hier weitermachen So Jetzt noch darüber Da haben wir es fast schon geschafft Wir können ihre Kack-Bauanlage angreifen Sie ist mal tot, die Scheiße hier kommt Dieser Kajol, der ganze Zeit rumeiert Geht schon so ein bisschen auf die Nerven Test, das kann man auch beschreiben Kann man alles einfach überschreiben So, da kommt der letzte Panzer Läuft aber angenehm flüssig Na, da ist die Bauanlage schon weg Das ging jetzt aber schnell Kann ich direkt nach drüben ein und die zweite angreifen Könnt ihr mal ein bisschen nach unten fahren Das wäre schön Kann ich dann die Flecken da noch abranden? Das sollte noch im Rahmen sein Oh, ich habe mich nicht eingeladen So ein Abschlussraumbewerber fällt mal klug Ja, die treffen wir halt nie Das ist halt Schwierig Ich will, wie die alle mitkommen Das ist großartig Wenn die Panzer plötzlich umdrehen Wird es halt unschön Können die noch eine Bauanlage bauen? Wenn sie noch eine Bauanlage haben? Ich kann das ja nicht Weil ich müsste das so ein Fahrzeug bauen Aber ich weiß nicht, wie die KI das hier handhabt Das ist wirklich nicht, wie die KI das handhabt Ich frage mich auch, warum hier noch ständig einen Sammler neu bekommt Wahrscheinlich wegen den Römer Gut Gehen wir mal das da noch? Jetzt sind wir mal wieder drüber Danke Dankeschön Gucken wir mal, ob wir da durchkommen Sammler ist weg Ob die KI sich dafür interessiert, ob ihr Sammler weg ist? Da kommt außerdem schon der nächste Schießen wir erstmal den Turm weg Jawohl 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 Hm, hm, hm Noch reparieren sie nicht Ich glaube, die reparieren erst auch was Irgendwie, wenn sie eine bestimmte Menge an Gebäuden oder so verloren haben Oder wenn sie kein Bauding mehr haben Hm Und jetzt reparieren sie noch gar nichts Ich weiß nicht so genau, warum Und wie wir es machen Wahrscheinlich gibt es da ein System, aber da steht halt kein normaler Mensch Jawohl Wenn ich mal diesen Turm da killen, jetzt wird er repariert, oh jetzt brauche ich ihn sogar. Jetzt kann ich aber definitiv einen neuen bauen. Gut, sieht man da oben an. Ich habe diesen Panzer dann mal noch killen, geht das? Türme muss man nicht killen, aber... Jetzt hat die Einheit keinen Bock mehr zurück zu... Was hat die Einheit verboten? Was? Nicht fragen, einfach hinnehmen. Schießt du gerade irgendwie Raffinerie rein, statt auf den Turm? Ja. Wenn der Turm natürlich perfekt dich treffen kann. Perfekte Sache. Und da geht man eine Einheit hinüber. Aha. Egal, sie haben keine Bauanlagen mehr. Ohne Bauanlagen können sie halt nicht mehr viel machen. Ähm. Jawohl. Schauen wir doch gleich nochmal eine Armee aus sieben Panzern, oder? Erst links oder erst rechts? Eine kleine Fabrik. Rechts ist nicht so groß, aber... Hm. Naja, das ist ziemlich irrelevant. Wobei, da ist nur noch eine von den Dingern, ne? Noch eine Abschlussrampe. Und da ist auch hier eine Werkstatt. Naja, wir haben zwei Werkstätten. Ich kann noch einen bauen. Da kann ich noch auf jeden Fall honorieren. Hm, hm... Ich hab halt kein Geld mehr. Ich kann noch... Was? So viel Einheit hab ich doch gar nicht verloren, jetzt oder? Sollst du mich spielen? Ich bin ein bisschen verwirrt Die ganze Zeit ging das doch nicht Was weiß ich Ach ne, ich hatte da noch eine Reihe Ich verstehe nicht Details Was steht da jetzt? So wie der X7 Vielmehr kann man eh nicht kontrollieren Von daher Passt das schon Ich hoffe, dass da kein Wurm ist Wenn sich die Hälfte meiner Armee unterwegs auflöst Sieht aber gut aus Also bittest du mal Das erste Mal so freundlich Dann beginnt sie mal nach da unten Das war den Turm Dann die Einheit Ne, bitte die Einheit hier Die schießt nämlich noch Das ist für mich lustig Die zwei einzelnen Einheiten da Jetzt habe ich nichts mehr zum sammeln Beweg dich mal hin Vielleicht ist da noch was Moment Ich habe da unten ja noch was zum sammeln Kommando zurück Sammeln du mal da Ich habe wieder eine Einheit verloren Egal noch habe ich ja Ich habe ja auch noch meine eiserne Reserve In Form von einer Werkstatt Muss noch die Einheit da loswerden Ja, da sind ja zwei Millionen Türme Die mich gleich killen Aber Ich trifft halt alle zehn Jahre mal Und macht dann richtig hart Schaden Nein, könntest du mal nicht darum fahren Vollidiot, selten dämlich hier Ich habe ja auch noch